Musik 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 Mal gucken Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden muss ich aufnehmen Zurück So ein Mist gewollt Muss ich denn lang da lang Nicht schießen So Auf so einen Flughafen. Gute Kurve bekommen. So, ähm. Ähm, du gehst mal vor. Mit einem LKW. Wo ist der denn mit einem LKW? Komm her. Mach mal das Tor auf, Grauwe. Mach mal das Tor auf. Jetzt geht das auf, okay. Fahr mal durch. Wo ist der mit einem LKW? Da, nee, da hinten durch. Und dann stell dich vor der Rampe hin, dass ich rauffahren kann auf dem LKW. Rückwärts anfahren. Den hauen wir da jetzt hinten rein. Wer Kopf hat, macht sie bitte weg. Bringt sich um, geht am schnellsten. Wird er nicht durch? Ah, jetzt hat er mich da weggehauen. Was sollte das denn? Was sollte das denn? Ein bisschen logisch nachdenken. Du musst hier in der Lücke reinfahren, nicht da rein. Ah, immer diese Leute. Oder war das Grauwe? Wer war das denn? Nicht schießen hier, Felix. Kriegt er das nicht hin davon? Nee, der ist kaputt. Oh, toll, ey. Wir wollten gerade wieder auch was austesten. Dann kommt irgendjemand, der zerstört wieder alles. Lass mal Cops weggenommen. Wenn irgendjemanden habe ich jetzt Cops. Mechaniker. Holt ihr ihm ein Flugzeug? Kampffsched? Am besten. Oder einen schnellen Jet. Immer schnelles. Ach, Mann. Pegasus, freut dich anrufen. Ah, Felix. Wird nicht geschossen hier. Steht er da vorne? Jetzt steht er da. Kannst du dich da mal entscheiden, oder was? Guck mal, abgemacht. Ach, wir wollten ja noch was mit dem Jet-Ski machen. Habe ich auch nur vergessen. Machen wir gleich. Öt. Kommt alle zu mir mit dem Jet. Genau in der Mitte von der Landebahn. Ja, wenn ihr keinen Jet habt, sonst holt Cloudy ein. Ich höre mal wieder nur Cops. Wer hat Cops hier? Pommes, hast du Cops? Oh, ich stehe jetzt gerade. Was sollte das denn für... Ah, das verstehe ich mal wieder nicht. Oh, meiner ist auch kaputt. Toll. Toll. Toll von dir. Pegasus. Guck mal, wie Bakura schon wieder aussieht. Nur schmutzig. Überall schmutzig. Gesicht, ey. Ja, ich. Wasche mich aber nachher. Wenn du aufgehst. Ah, dann ist ja alles gut. Dann habe ich mal wieder einen weiten Weg. Ah, nee. Guck mal, der ist in den Hangar gespawnt. Und gleich spawnt er außerhalb. Warten wir. Warte. Ja, da hinten jetzt. Ich glaube, ich muss hier jemand rausschmeißen. Dauernd nur Cops. Da, überall. Ich habe nie Cops. Ich vermeide das immer zu haben. Sonst bringe ich mich sofort um. Wenn ich Cops habe. Ganz einfach. So. Wie heißt du auf Twitch? Ähm. Dead Pictures. Ähm. Steht in der Videobeschreibung der Link. So. Kommt alle her jetzt? Hey, ihr beide. Nicht töten. Holt euch jetzt ein Shad. Sonst muss ich euch rausschmeißen. Beide. Nicht schießen. Nicht schießen, Felix. Du verstehst das nicht. So. Alle nebeneinander. So. Dann lasst uns mal losfliegen. So. Müssen wir uns versuchen. Äh. Dieser. Die. Äh. Wen gehört die erste Yacht hier vorne? Macht mal auf Abwehrsystemen die Yacht. Wer eine hat. Wen gehört die hier vorne? Hier steht eine Yacht. Die ist orange. Ne, pink. Genau. Macht mal auf Abwehrsystem. Die jagen wir gleich in die Luft. Da fliegen wir gleich mal gegen. Mal sehen, wer zuerst drauf schafft. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Mal sehen. Ja. Das ist schon. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Mal sehen. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Wir sind noch nicht auf Abwehrsystem. Die. Da ist ein Link direkt auf meinen YouTube-Kanal. Ihr habt eine Videobeschreibung. Da ist ein Link direkt zu Twitch. Und Twitch heiße ich, wenn du jetzt nicht so schnell darauf gehen kannst, DeadPicturesTV, alles zusammen geschrieben. Ja, Felix muss ich sonst rausschmeißen. Es geht nicht. Wir haben feste Regeln, haben wir hier. So, das war's mal wieder von dieser Folge. Am Tag kommen zwei Folgen raus. Einmal geht ihr auf der PS3 und einmal geht ihr auf der PS4. Und am Freitag das News-Video, was wir am Wochenende machen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr sehen wollt, stüppert ein bisschen die Playliste durch. Und danke fürs Einklicken. Ciao.